Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns die Lieferzeiten in JTL-Shop an und wie genau sie berechnet werden. Mithilfe der Lieferzeiten informieren wir unsere Kunden, wie lange es dauert, bis eine bestellte Ware bei Ihnen zu Hause ankommt. Die Lieferzeit wird durch Einstellungen im Shop und in JTL-Wawi beeinflusst. Wenn wir über Lieferzeiten reden, ist die hier markierte Zeit im Shop gemeint. Im Moment hat unser Artikel eine Lieferzeit von zwei bis drei Werktagen. Schauen wir uns als erstes an, inwiefern Einstellungen im Shop diese Zeit beeinflussen. Dafür wechseln wir in den Admin-Bereich. Hier wechseln wir unter Storefront-Kaufabwicklung zu den Versandarten. Die Lieferzeit wird im Shop über die Versandarten gesteuert. Wir haben hier eine Versandart, die wir jetzt bearbeiten. Hier können wir unter Lieferdauer einstellen, wie lange ein Artikel zum Kunden unterwegs ist. Entscheidend sind hier die Min- und Max-Liefertage. Wir passen diese Werte jetzt mal an. Statt zwei bis drei Tagen tragen wir hier drei bis fünf ein, um das Verhalten im Frontend zu untersuchen. Dann speichern wir die Einstellungen mit einem Klick auf Versandart ändern. Wenn wir jetzt zurück zum Frontend wechseln und die Seite aktualisieren, sehen wir, dass die Lieferzeit aus der Versandart 1 zu 1 übernommen wurde. Falls wir mehrere Versandarten für einen Artikel im Shop hinterlegt haben, wird standardmäßig die Lieferzeit der günstigsten Versandart angezeigt. Falls wir Versandarten für Lieferungen ins Ausland konfiguriert haben, werden diese natürlich erst berücksichtigt, wenn ein Kunde sich mit einer entsprechenden Lieferadresse einloggt. Außerdem werden Versandarten, in denen die Zahlungsart Barzahlung aktiviert ist, für die Lieferzeitenberechnung ignoriert. Wir gehen bei Barzahlung davon aus, dass die Ware selbst abgeholt wird. Shopseitig war das schon alles. Schauen wir uns jetzt an, welchen Einfluss die Wawi auf die Lieferzeit hat. Dafür öffnen wir die Artikeldetails. Wir stellen fest, unser Artikel arbeitet mit Lagerbestand und erlaubt Überverkäufe. Artikel, die ohne Lagerbestand arbeiten, haben immer 1 zu 1 die Lieferzeit aus der Versandart im Shop. Falls Sie ohne Lagerbestand arbeiten, gibt es nur noch eine Einstellung in der Wawi, die die Lieferzeit beeinflussen kann. Aber diese schauen wir uns später an. Bei Artikeln, die mit Lagerbestand arbeiten und die noch verfügbaren Bestand haben, gilt auch die Lieferzeit aus dem Shop. Interessant wird das Ganze, wenn wir keinen verfügbaren Lagerbestand mehr haben. Also machen wir eine Korrekturbuchung. Danach speichern wir und gleichen mit dem Shop ab. Dann aktualisieren wir die Seite und stellen fest, dass aus unseren drei bis fünf Tagen sechs bis acht geworden sind. Irgendwo sind also drei Tage dazugekommen. Wir gehen wieder in die Artikeldetails und wechseln in den Reiter Lieferanten. Wir sehen, dass unser Artikel zwei Lieferanten hat. Der Standardlieferant hat eine Lieferzeit von 14 Tagen. Der zweite Lieferant hat eine Lieferzeit von drei Tagen. Unsere drei zusätzlichen Tage kommen also von diesem Lieferanten. Wir halten fest, bei Artikeln, die mit Lagerbestand arbeiten, aber keinen verfügbaren Bestand haben, wird die kürzeste Beschaffungszeit von allen Lieferanten zum Shop übertragen und auf die Versandzeit vom Shop addiert. JTL-Wawi bietet uns aber noch ein paar Möglichkeiten, um auf die Lieferzeit Einfluss zu nehmen. Wir wechseln in den Reiter Allgemein und öffnen die Lageroption. Der einfachste Punkt ist hier die zusätzliche Bearbeitungszeit. Egal, ob wir mit oder ohne Lagerbestand arbeiten, wenn wir hier einen Wert eintragen, wird dieser auf die Versandzeit vom Shop addiert. Wenn wir unter Beschaffungszeit manuell ermitteln, mal fünf Tage eintragen und das Ganze dann speichern und abgleichen, sehen wir nach einer Aktualisierung der Seite, dass nun nicht mehr die schnellste Lieferantenzeit gilt. Jetzt wird die manuelle Beschaffungszeit, also in unserem Beispiel fünf Tage, auf die Versandzeit des Shops addiert. Die manuelle Beschaffungszeit ersetzt also die schnellste Lieferantenlieferzeit eines Artikels. Schauen wir uns als nächstes an, welchen Einfluss Lieferantenbestellungen auf die Lieferzeit haben. Dafür wechseln wir in der Wawi zu Einkauf und legen bei unserem Lieferanten eine Lieferantenbestellung an. Wir legen in unserer Lieferantenbestellung aber ein spezielles Lieferdatum fest. Wir übernehmen also nicht die Standard drei Tage, sondern sagen, dass die Ware schon morgen geliefert wird, also nur einen Tag braucht. Lieferantenbestellungen werden vom Shop allerdings nur berücksichtigt, wenn sie im Status in Bearbeitung sind. Dann gleichen wir ab und aktualisieren die Seite. Uns fallen hier zwei Dinge auf. Erstens wird das Datum der Lieferantenbestellung übernommen, unsere Kunden werden also darüber informiert, dass wir schon neue Ware bestellt haben. Wir sehen aber auch, dass sich unsere Lieferzeit nicht verändert hat. Eigentlich hätte ja nur ein Tag auf die Versandzeit des Shops hinzuaddiert werden müssen. Das liegt an der manuellen Beschaffungszeit, die wir in der Wawi eingerichtet haben. Die manuelle Beschaffungszeit überschreibt also nicht nur die schnellste Lieferantenlieferzeit, sondern auch die Lieferzeit von anstehenden Lieferantenbestellungen. Auf die manuelle Beschaffungszeit wird dann die Versandzeit aus dem Shop addiert und ergibt dann die endgültige Lieferzeit. Mit der Option Beschaffungszeit automatisch ermitteln würde die Lieferantenbestellung mit berücksichtigt werden. Dann gilt also standardmäßig die schnellste Lieferantenlieferzeit oder aber bei einer anstehenden Lieferantenbestellung die Dauer bis diese Bestellung bei uns ankommt. Aber auch hier gilt, zur an den Shop übermittelten Beschaffungszeit wird für den Kunden immer noch die Lieferzeit der Versandart hinzugefügt, um dann die endgültige Lieferzeit zu berechnen. Dies war ein Videotutorial über die Berechnung der Lieferzeit im JTL Shop 4 und JTL Shop 3 ab Version 3.20 und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.